Leute, meine kleinen Bastards, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute spielen wir Mörder, aber wir sind undercover und versuchen André in seinem Livestream zu streamstipen, Freunde. Er hat davon keine Ahnung und ich sag euch ehrlich, ich hab's schon aufgenommen und es ist so lustig geworden. Bleibt bitte bis zum Ende dran und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr natürlich auch ein Like und ein Abo dalassen, Freunde, auf Ehrenbruderbasis. Und ich will mal sagen, wir starten rein, wie wir undercover beim Mörder sind. Ich hab bald Angst, dass ich irgendwen annehme, dass ich in seine Lobby gehe. Freunde, er hat gar keine Ahnung, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, undercover bei André reinzukommen. Oh mein Gott, Freunde. Schaut es euch an, wir sind in Andrés Lobby drin und er hat gar keine Ahnung, dass ich mitmache. Ich bin zwar im Channel, er weiß, dass ich da bin, aber wir werden es erst nachher auflösen, Freunde. Und wir werden nur trollen und streamstipen. Wir versuchen André zu streamsnipen in Mörder, Freunde. Und ich bin so gespannt. Ich will nochmal sagen, Freunde, das Like da, lasst ein Abo da. Ich will mal sagen, ich glaub, die Runde geht gleich los. Und dann sehen wir uns gleich in der Runde. So, Freunde, so will ich das sehen. Alle No-Skins, alle No-Spitzhacke. Und am besten hört ihr mich in-game. Vielleicht für die Leute, wenn sie Bock haben, können sie dabei den Stream kurz einmal zuklappen, dass sie mich nicht sehen, weil dann könnte ich auch Mörder werden. Nicht so wie in Among Us, dass einfach alle Leute mich direkt am Anfang killen. Selbst wenn ihr mich am Anfang killt als Mörder, wäre nicht schlimm, könnt ihr gerne machen. Direkt egal, was ist, wenn ich Detektiv bin, wenn ich Mörder bin, egal, was ist, ich werde direkt André streamsnipen, Freunde. Oh mein Gott. Das Ding ist, wir machen auch unseren Namen anonym, würde ich sagen, Freunde. Ehrenmann oder Frau, ich weiß es nicht. Anonymitätsmodus an. So, Freunde, wir sind anonym. Das heißt, André weiß nicht, wer wir sind. Okay, Freunde, es geht los. Wir sind in der Map und werden heute André komplett hopsnippen. Ich werde nur noch hinter ihm laufen. Ich werde ihn komplett hopsnippen. Und am besten töten wir ihn. Ermann spielt Odemann nicht mit der Ehrenlose. Oder ich muss noch Thumbnail machen, Digga. Ja, okay. Bei Odemann ist das Geile, dass er einfach sein Video um 18 Uhr hochlädt, Freunde. Und das heißt, er kann am selben Tag einfach sein Thumbi machen. Ja, safe, safe, safe. Ganz entspannt einfach morgens Thumbi machen, Digga. Richtig geil. Okay, Freunde. Also wir sind drin. Okay, seid ihr bereit? Dann starten wir. Und wir werden auf jeden Fall André. Ich starte rein. Guckt nicht bei mir. Okay, ich werde bei André gucken. Vielleicht machst du es anders. Was ist André? Was wollt ihr machen? Was bin ich? Komm, sag. Er hat so einen Zopf genommen. Er hat so einen Zopf genommen, Freunde. Okay, was bin ich? Calculating Players. Okay. Assaining Roles to Players. Okay, was sind wir? Was werden wir, Freunde? Ihr wisst, wir sehen und hören André die ganze Zeit. Und ich schaue die ganze Zeit auch in seinem Stream-Tonel. Witch. Potion and Negative Spells. Okay, was kann Witch? Ich bin die Witch. Was kann die? Rewards, Digbomb. Kann jemanden wiederbeleben anscheinend? Ich weiß nicht wie. Oh mein Gott, wo ist André? Wo ist André? Warte, wir müssen ihn streamstipen. Murder-Teleporter. Er ist... Warte mal, warte mal. Guck mal, hier werden Pfeile angezeigt, okay? Wir müssen André töten. Das André töten, okay? Er ist in dem Turm. Er ist in dem Turm. Er ist in dem Turm. Da ist er. Ich habe es gesehen. Du lügst. Da ist er. Oha, man wirft ja auf mich. Ja, das ist André. Ihr seht doch im Stream, was ich bin. Das ist André. Das ist André. Wir werden ihn streamstipen. Wir werden ihn streamstipen. Entspannt euch. Ich bin... Man sieht doch im... Man hat doch gesehen, was ich bin. Ich bin kein... Ich streamstipe... Ich tue so, als ob ich so ein nerviger Dings bin. Kann ich ihn töten? Freunde, man kann by the way jetzt sehen... Ich will André. Ich will André. Ihr wisst schon, dass ich euch aus der Runde schmeiße. Danach. Ja? Also entspannt euch, okay? Weil ich bin der Coolste hier. Wo ist André? Wo ist André hin? André ist diese Frau, wie ich. Es snabbt. Okay, es snabbt. Die Map... What? Die Map ist ja immer krass. Wo ist André? Wo ist André? Junge, ich habe Todesangst. Freunde, wir müssen André suchen. Wo ist er? Er ist bei diesem Roten. Er ist bei diesem Roten, Freunde. Wir gehen zu André. Er hat Eisgranaten. Er hat Eisgranaten. Es gibt verschiedene Rollen. Warte, warte, warte. Wir gehen zu André, Freunde. Ich glaube, André ist irgendwo hier. Kommt er da rein? Nee. Er kommt hier nicht rein. Er ist außerhalb. Okay, so könnte man das voll prüfen, Freunde. Hier irgendwo, Freunde. Oder? Wieso spielen die nicht einfach normal? Weil die es nicht können, Digga. Die haben diese Ability nicht dazu. Wir sind noch Level 1. Nein. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Hast du einen Gehirnfehler? Vielleicht. Er denkt, ich bin Zuschauer. Ja. Oh, ich kann was kaufen mit Gold. Ich höre Schüsse. Oh, shit. Hier ist Boilerei. Wo ist André? Ich kann dir leider nicht helfen. André ist da beim Auto. Er ist hier lang gelaufen, glaube ich. Das kann auch der Detektiv sein. Das ist auf der anderen Seite. Das kann auch eben der Detektiv. Ich höre Schüsse. Pumpgun. Oh, oh. Wir haben gewonnen. Niederlage. Detektiv eliminated the murder. Oh, mein Gott. Okay, Freunde. Aber er hat immer noch nicht gereiht, wer das ist. Er hat nichts gereiht. Guck mal. Fettmann war der Ding. Fettmann und jemand anders? Ich habe es nicht gelesen. Eliminated Players. Er hat unseren Namen. Ich bin Fettmann. Bitte, sei ruhig. Bitte, sei ruhig, Junge. Ich bin auch todesverwirr. Ich muss der Mörder werden, Freunde. Unbedingt. Ich muss der Mörder werden, Digga. Ich muss der Mörder werden. Shotgun und Sniper. Okay, wir müssen André killen. Wir müssen der Mörder werden. Oder Detektiv. Ich bin schon wieder Witch. Wir sind jetzt wieder die Witch. Das heißt, ich habe mir die 1,2 Speed gegeben. Wir gucken mal, was unsere Aufgaben sind. Und dann gehen wir wieder zu André und beschuldigen ihn als den Mörder. Und vielleicht bringt ja der Detektiv ihn um. Oh, man kann hier hingehen und die Leute sozusagen voten. Okay, wir machen einen negativen Spell, Freunde. André ist noch irgendwie am... Oh, am Voten. Die Map ist deeper, als man denkt, Digga. Ich vote, ich vote, ich vote. Ich kriege halt immer Double Damage, aber es bringt mir halt nichts. Ich vote, ich vote, ich vote. Das ist, glaube ich, in der Mitte, Freunde. André ist in der Mitte hier. Voten für André. Wo ist André? Hier. Ja, Ruderman spielt nicht mit, weil er Thumbnail machen muss. Sein Video kommt, by the way, heute 18 Uhr. Ich weiß nicht mal, welches. Hochgevotet. Ja? Welches Thumbnail? Ähm, ich... Äh, React ist das. Ja, okay. Meinst du heute, ne? Ja. Ja, ja, heute ist React. Mach weiter, ich guck grad nebenbei was an. Ich, 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 ich. Okay, wo ist André? Ich bin lost, Digga. Wo ist André? Wo ist André? Weil immer, wenn ich zu den Pfeilen gehe, ist... André ist... Guck mal, dieser Mensch hier, den werde ich im gameplay-Modus rausfinden. Es ist Nacht. Er ist bei dem orangenen Gebiet, Freunde. Aber hier ist eine Aufgabe. Wir müssen zu André. Wir müssen ihn markieren, Freunde. Oh, wir haben Schaden bekommen. Komm ich hier nie wieder raus, oder was? Und das Ding ist, der weiß auch nicht meinen Account, Freunde. Das ist das Geile. Wir müssen aber André finden. Wo ist der denn hingegangen? Wo ist André? André ist hier. Wer ist der Mörder, wer ist der Mörder? Er ist hier irgendwas. Ich weiß nicht, welche Waffe der Mörder hat. Ist das die Pump? André ist der, André ist der. Der wohnt. Der wohnt. Der wohnt schnell rennt. Hier vorne. Ich bin gestorben. Oh mein Gott, André tot. Okay, Freunde. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt einen Mörder. Bitte. Oder detektiv. Eins von beiden, dass wir irgendwie eine Waffe haben, womit wir André irgendwie auch abwacken können, Freunde. Bitte einmal. Ich nehme schon übel lange auf. Und André hat nicht mehr so viel Zeit, Freunde. Weil er ja gleich diesen Placement-Stream hat. Und ich bin schon wieder Pili, Bro. Ich raste aus. Egal, Freunde. Wir machen das Beste. Wir werden jetzt einfach André... Oh, er ist auch Pili. Priority for Backup Detective. Collect drei Bananas. Aha. Draußen auf der anderen Seite. Er ist auf der anderen Seite. Wir dürfen nicht sterben. Aber welche Bananas? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Guckt ja eigentlich mal davon, mir hinterher zu laufen, Digga. Ich verstehe es nicht. Hier irgendwo. Hier irgendwo ist er. FH Support ist echt einer der Besten, ja. Hier, ne? Hier irgendwo, Freunde. Muss man jetzt ganz kurz gucken, wo André ist. André, wo bist du, Junge? Irgendwo hier, ja. Auf einmal läuft er auf einmal. Hier ist André, hier ist André, Freunde. Wir machen einfach scheiße. You're doing a great job, man. For real. Warte, warte, warte. Er muss mit mir reden. Ja, warum nervst du so? Komm mit, komm mit, komm mit. Was hast du davon? Komm, komm, komm. Geh weiter einfach. Komm schon. Ey, nein, 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 nein. Er darf nicht weggehen. Er muss mitkommen. Du bist nicht besonders, wenn du auf einmal die ganze Zeit vor meinen Stream chillst. Komm mit, komm mit. Du wirst 100% gelöscht, wer auch immer du bist. Komm, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hier, André, guck mal. Warte, komm mit. Du kannst mir nicht helfen. Komm mit, bitte. Komm mit, komm mit. Du kannst mir kein Nien geben. Komm mit. Lass mich bitte einfach. Komm mit. Er will nicht. Er will nicht. Er glaubt mir nicht. For real. Also er macht echt kranke Maps. Komm her. Was ist das hier? Mörder. Ja, ich hab den Mörder auf ihn gelangt. Kannst du mich dann überleben lassen? Ja. Den Namen schreiben? Ja. Das wäre sehr nett. Danke. Ja. Ja, er hat ihn gekillt. André. Nee, Krebs. Mein Smartphone hat doch keiner ausgedeckt. Wir haben André killen lassen, Freunde. Wir sind zwar nicht Mörder geworden, aber wir haben André killen lassen. Oh mein Gott, was eine geile Runde, Freunde. Wer ist das? Du? Benni? Ja, ja, Benni bin ich. Ich bin Benni, ja, ja. Bist du Benni? Zack, ja. Mit meinem Kopf. Ich mach ja mit meinem Kopf. Ja. Ich rede jetzt so auf gut Glück jetzt, aber... Ja, schmeiß dich raus. Das ist ein anderer Skin. Er blockiert ihn. Ich schmeiß dich raus. Ich bin nicht doof. Nein, nein, nein. Nein, fuck. Wir werden herausfinden, wer du bist. Nein, nein. Er wollte ihn raus, ich weiß. Ich werde im Replay losgucken und werde deine ganze Familie verbannen von YouTube. Warum will er meine Familie von YouTube verbannen? War klar, dass wieder irgendein Fodomann-Fanboy wieder irgendeine Kacke machen muss, die ganze Hä, was willst du denn von mir, Digga? Irgendein Fettmann nervt die ganze Zeit. Was für ein Fettmann, Digga? Guck mal, er heißt sogar Fettmann mit eigenen Sohn, die wir verbrannt heißen. Einfach Fettmann, Digga. Oh mein Gott. Mach mich ohne mal sauer. Hey, wieso? Was hat denn er gemacht? Junge, streamen. Also er chillt die ganze Zeit vor meinem Gesicht und nervt. Ich will irgendwas gucken. Ja. Digga, kennst du diesen FH Support? Ja. Der ist Map-Bauer? Er war in meinem Stream, er sagt, danke fürs Spielen und so. Ich freu mich voll und er chillt die ganze Zeit vor meinem Gesicht. Bro, selber Schuld für die Leute, die du einlädst, ne? Also Fettmann, ich sag dir ehrlich, traurig, Digga, traurig von dir. Keine Freunde mehr, wenn du jetzt nochmal was machst. Okay, Freunde, das war zu gut. Das war zu gut. Okay, Freunde. Wenn ich jetzt Mörder bin, ich such Fettmann und werd ihn so ins Gesicht schießen, Freunde. Er will mir ins Gesicht schießen, ich bin Fettmann. Let's go, Freunde. Wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance, André wegzumachen. Wir müssen André direkt stream sein, Freunde. Man hat die schönsten Nasen auf der Welt. Alles klar. Wenn das so dein Ding ist, warum nicht? Kuss, Kuss, Digga. Kuss für die schönste Nase der Welt, Digga. Wow! Digga, ich will auch mal jetzt irgendwas sein, Freunde, bitte. Let's run, Freunde. Komm, oder... Detektiv, bitte. Bitte, Detektiv. Ich bin Clown. Ich aktiviere Ballon Traps. Okay, ich bin Clown, aber jetzt jucken uns nicht. Reward drei Boogie Bombs. Oh mein Gott, ich werde die auf André werfen. Okay, wir müssen die Ballons holen, damit wir André abfacken können. Aber André darf nicht sterben. Das ist das Ding. Ballons activated vor 20 Sekunden. Okay, Ballon Trap. Komm, komm. Okay, wo ist André? Warte mal. Er ist... Nein, er ist Detektiv. Er ist Detektiv. Wir müssen hinkriegen, dass er uns killt. Was geht bei euch? Schnell zu André, schnell zu André, schnell zu André. Wo ist André? Wo ist André? Er läuft bald hier in die Mitte. Kann ich ihn killen? Ich will es irgendwie ausprobieren. Kann ich. Muckst du immer noch? Muckst du immer noch? Hä? Aber mir geht es nicht mehr. Oh mein Gott, André, André, schieß doch. Nein, nein, nein. Ich habe den Mörder sozusagen. Okay, deine letzte Chance, in meiner Freundschaft zu bleiben. Arbeite mit mir zusammen. Nein, ich arbeite nicht mit dir zusammen. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Er hat mich selbst gekillt. Ich würde gerne so rumschreien jetzt. Ich sage es euch, Digga. Ich würde gerne so rumschreien. Fettmann ist der schlimmste B-Wort, den es gibt, Digga. Es ist 100% Odoman selber. Freunde, niemand wäre so ein B-Wort. André! Ja! Du bist so ein Huhn, Digga. Geh Streams Time, Digga! Du bist so ein Huhn. Ich habe es aber gemerkt. Wo du so dumm gefragt hast, habe ich es gemerkt. Ja, ich weiß. Ich sage dir ehrlich. Was machst du denn? Oh, genau. Oh mein Gott. André, einfach aufs genimmt, Alter. Du hast mir extra neuen Accounts gemacht. Ja, was? What the fuck? Digga, was ist mit ihm verkehrt? Todesglück, dass ich in deine Gruppe reingekommen bin, ne? Ich schwöre. Und Freunde, das Ding ist, ich habe gedacht, okay, André könnte vielleicht drauf kommen. Aber erst am Ende. Und das Ding ist, ich bin nie Mörder geworden. Und dann einmal, ich hole einfach den Mörder zu André und André stirbt. Und dann stellst du dich noch vor, ich bin detektiv, ich geh dich ins Sterbe auch. Ganz kurz, Chat. Sag mal bitte Hallo, YouTube. Grüß ich ihn raus. Lasst ein Abo da. Auch bei André. Ach so, auch noch Video machen wir. Normal, hä? Ich spiele doch... Denkst du, ich mache das in Freizeit und fuck dich einfach in Freizeit ab, oder was? Ja. Das machst du jeden Tag? Ja, okay, hast recht. Ich bin hier oben einfach. Ich muss echt einmal auf Toilette kurz, bevor es anfängt. Mörder, komm mit mir mit. Bitte mich nicht töten. Komm mit mir mit. Wir gehen zu André zusammen und wenn er kommt, stream snipen wir ihn. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Ich habe ihn. Kommt zu mir. Mörder, bitte. Einmal zu mir kommen. Ich stehe genau vor André. Wir werden, wenn er kommt, ihr müsst euch beeilen. Er ist auf dem Klo. Ihr müsst euch beeilen. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Mörder muss schnell zu mir kommen. Schnell, schnell. Schnell. Nicht Mörder töten. Kommt her. Oder Detektiv. Hey, wer hat mich gekillt? Ihre Lust. Hä, hast du also vier? Bist du gestorben? Ja. Wer hat dich gekillt? Weiß nicht, warum? Oh mein Gott, Freunde. Er hat es dann doch noch bis zum Ende gecheckt. Und der Stream hat es auch gecheckt, weil ich immer nach jeder Runde gesagt habe, ich muss jetzt Thumbnail machen oder sowas. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst natürlich ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen auf Ehrenboderbasis. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video um 18 Uhr. Macht's gut und checkt meinen zweiten Kanal aus. Peace out.